Eine Studie in Smaragdgrün von Neil Gaiman Kapitel 1 Ein neuer Freund Soeben zurück von ihrer erstaunlichen Europa-Tournee, wo sie vor mehreren gekrönten Häuptern Europas spielten und mit ihrer großartigen, dramatischen Aufführung, die sowohl Komödie als auch Tragödie bietet, Lob und Beifall errangen, geben die Strandplayers hiermit kund, dass sie im April für kurze Zeit im Royal Court Theatre Drury Lane gastieren werden. Auf dem Programm stehen mein Zwillingsbruder Tom, die kleine Pfeilchenverkäuferin und die großen Alten kommen. Letzteres, ein episches Historienstück über leeren Prunk und wahre Wonne. Alles komplette Stücke in einem Akt. Eintrittskarten ab sofort an der Theaterkasse Ich glaube, es ist die ungeheure Größe. Das gewaltige, riesige Ausmaß der Dinge unterhalb der Oberfläche. Die Finsternis der Träume. Aber ich schweife ab. Verzeihen Sie mir, ich bin nun mal kein Schriftsteller. Ich war auf der Suche nach einer Unterkunft. So kam es, dass ich ihm begegnete. Ich brauchte jemanden, der die Mietkosten mit mir teilte. In den chemischen Laboratorien von St. Barthes stellte uns ein gemeinsamer Freund einander vor. Ah, wie ich sehe, waren sie in Afghanistan. Dies waren seine ersten Worte an mich. Verblüfft öffnete ich den Mund und riss die Augen auf. Erstaunlich, erwiderte ich. Ah, im Grunde genommen nicht, erklärte der Fremde im weißen Laborkittel, der schon bald mein Freund werden sollte. Daran, wie sie den Arm halten, erkenne ich, dass sie verwundet wurden. Und zwar auf ganz besondere Weise. Ihre Haut ist tief gebräunt, ihre Haltung militärisch. Ziehen wir also die spezielle Art ihrer Schulterverletzung und die Tradition der afghanischen Höhlenstämme in Betracht, so gibt es im ganzen Empire nur wenige Orte, an denen ein Soldat sowohl gebräunt als auch auf diese Weise gefoltert werden kann. Nun, so gesehen war die Sache in der Tat lächerlich einfach. Aber ist das immer so? Ich war braungebrannt wie eine Nuss und, wie er richtig beobachtet hatte, in der Tat gefoltert worden. Die Götter und die Menschen in Afghanistan waren wilde, nicht gewillt, sich den Gesetzen Whitehalls, Berlins oder Moskaus zu unterwerfen und nicht bereit, Vernunft anzunehmen. Man hatte mich dem dritten Regiment zugeteilt und in die Berge entsandt. Solange die Kämpfe in den Hügeln und Bergen stattfanden, waren die Kräfte zwischen den Gegnern gleich verteilt. Als die Scharmützel sich jedoch in die Dunkelheit der Höhlen verlagerten, mussten wir feststellen, dass wir unaufhaltsam an Boden verloren und bis zum Hals in Schwierigkeiten steckten. Ich werde nie die spiegelglatte Oberfläche des unterirdischen Sees vergessen, so wenig wie die Kreatur, die daraus entstieg, die Augen, die sich ständig öffneten und schlossen, und den leisen Sing-Sang, der erklang, während sich das Wesen erhob und der es umschwirrte wie Fliegen von der Größe des Universums. Dass ich überlebte, grenzt an ein Wunder, aber ich kehrte tatsächlich nach England zurück, mit völlig zerrütteten Nerven. Die Stelle, an der mich das blutegelhafte Maul berührt hatte, war für immer gezeichnet, die Haut an meiner nun lahmen Schulter bleich wie Nebel. Früher war ich ein Meisterschütze gewesen, nun war mir nichts mehr geblieben, außer einer an Panik grenzenden Furcht vor der Welt hinter der Welt, was auch dazu führte, dass ich hier in London gerne und ohne zu zögern einen ganzen Sixpence meiner spärlichen Soldatenrente für eine Droschke bezahlte, statt nur einen einzigen Pens für die Untergrundbahn. Und dennoch, die Nebel und die Dunkelheit Londons beruhigten mich, hüllten mich ein. Meine erste Unterkunft hatte ich verloren, weil ich nachts im Traum immer schrie. Afghanistan war Vergangenheit, ich war nicht mehr dort. Nachts schreie ich, informierte ich meinen neuen Bekannten. Man hat mir gesagt, ich würde schnarchen, erwiderte er. Außerdem habe ich einen unsteten Lebenswandel und manchmal benutze ich den Kaminsims als Zielscheibe. Ich werde das Wohnzimmer brauchen, um meine Klienten zu empfangen. Ich bin egoistisch, verschlossen und ich langweile mich leicht. Stellt das ein Problem dar? Ich lächelte, schüttelte den Kopf und reichte ihm die Hand. Damit war die Sache besiegelt. Die Wohnung in der Baker Street, die wir gefunden hatten, war für zwei Junggesellen mehr als angemessen. Ich vergaß nicht, was mein Freund über seinen Wunsch nach Privatsphäre gesagt hatte und unterließ es, ihn zu fragen, womit er seinen Lebensunterhalt verdiente. Allerdings gab es eine Menge Dinge, die meine Neugierde erregten. Besucher trafen zu jeder Tages- und Nachtzeit ein und stets verließ ich das Wohnzimmer und zog mich in mein Schlafgemach zurück. Dabei überlegte ich, was sie wohl mit meinem Freund zu tun haben mochten. Die bleiche Frau, die ein Auge hatte, das Knochenweiß war. Der kleine Mann, der wie ein Handelsreisender aussah. Der wohlbeleibte Stutzer in seinem samtenen Jackett. Und all die anderen. Einige kamen regelmäßig. Andere nur einmal unterhielten sich mit ihm und gingen wieder. Mal besorgt, mal zufrieden wirkend. Mein neuer Freund war mir ein einziges Rätsel. Eines Morgens, als wir gerade dabei waren, das ausgezeichnete Frühstück unserer Wirtin zu genießen, klingelte er unvermittelt nach dieser guten Frau. In etwa vier Minuten wird sich ein Gentleman zu uns gesellen, erklärte er. Wir brauchen ein weiteres Gedeck. Selbstverständlich, antwortete sie, ich werde noch ein paar Würstchen auf den Grill legen. Mein Freund wandte sich wieder der Lektüre seiner Morgenzeitung zu. Mit wachsender Ungeduld wartete ich auf eine Erklärung. Schließlich hielt ich es nicht länger aus. Ich verstehe es einfach nicht. Woher wollen Sie wissen, dass in etwa vier Minuten ein Besucher kommt? Wir haben weder ein Telegramm noch sonst eine Nachricht erhalten. Er lächelte kurz. Haben Sie etwa nicht das Rattern eines Brockham gehört? Er wurde langsamer, als er in unserem Haus vorbeifuhr, nämlich als der Kutscher unsere Hausnummer entdeckte. Dann beschleunigte er wieder und fuhr vorbei, hinauf auf die Maryle Bon Road. Dort versammeln sich immer eine Menge Wagen und Fuhrkutschen, um Passagiere am Bahnhof und am Wachsfigurenkabinett abzusetzen. Genau der Ort, den jemand wählen würde, der nicht beobachtet werden will. Zu Fuß sind es von dort bis hierher etwa vier Minuten. Er blickte auf seine Taschenuhr, genau in dem Augenblick, als man draußen auf der Treppe Schritte hörte. »Treten Sie ein, Lestrade«, rief er, »die Tür ist offen und Ihre Würstchen sind jeden Moment fertig.« Der Mann, den ich für Lestrade halten musste, öffnete die Tür und schloss sie gewissenhaft hinter sich. »Ein Angebot, das ich ablehnen sollte«, meinte er. »Aber um ehrlich zu sein, ich hatte heute Morgen noch keine Zeit zu frühstücken und ein paar dieser Würstchen kämen gerade recht.« Er war der kleine Mann, den ich schon mehrmals zuvor bemerkt hatte und er den Anschein erweckte, als sei er ein Handelsvertreter für Überschuhe oder Patentmittel. Mein Freund wartete, bis unsere Wirtin das Zimmer wieder verlassen hatte, dann meinte er, »offensichtlich handelte es sich um eine Angelegenheit von nationaler Bedeutung.« »Mein Gott«, erwiderte Lestrade und erbleichte, »es kann sich unmöglich bereits herumgesprochen haben. Sagen Sie mir, dass das nicht der Fall ist.« Er begann damit, sich Würstchen, Räucherhering, Kadgery und Toastbrot auf dem Teller zu schaufeln, wobei ihm ein wenig die Hände zitterten. »Natürlich nicht«, beruhigte ihn mein Freund. »Allerdings kenne ich nach all der Zeit das Quietschen ihrer Kutschenräder nur zu gut. Ein schwingendes Giss über einem hohen Zeh. Und wenn Inspektor Lestrade von Scotland Yard es nur heimlich wagt, das Sprechzimmer von Londons einzigem beratenem Detektiv aufzusuchen, trotz aller Bedenken aber dennoch kommt, dann dazu noch ohne gefrühstückt zu haben, dann weiß ich, dass es sich nicht um einen Routinefall handeln kann. Folglich betrifft es jene, die über uns stehen und ist zweifellos eine Sache von nationaler Bedeutung.« Lestrade tupfte sich mit der Serviette Eigelb vom Kinn. Ich musterte ihn genau. Er sah ganz und gar nicht so aus, wie ich mir einen Polizeiinspektor vorstellte. Aber andererseits ähnelte mein Freund ebenso wenig einem beratenden Detektiv, was auch immer das sein mochte. »Vielleicht sollten wir die Angelegenheit lieber unter vier Augen besprechen«, meinte Lestrade und warf mir einen Blick zu. Mein Freund lächelte schelmisch und wackelte mit dem Kopf, wie immer, wenn er einen heimlichen Scherz genoss. »Unsinn«, sagte er. »Zwei Köpfe sind besser als einer. Und was sie einem von uns erzählen, erfährt auch gleich der andere.« »Falls ich stören sollte«, begann ich, aber er bedeutete mir, zu schweigen. Lestrade zuckte die Achseln. »Mir soll's recht sein«, meinte er nach ein paar Sekunden. »Wenn sie den Fall lösen, kann ich meine Stellung behalten. Wenn nicht, bin ich sie los. Sie haben ihre eigenen Methoden, wie ich immer sage. Die Sache kann nicht noch schlimmer werden.« »Wenn es etwas gibt, das uns das Studium der Geschichte gelehrt hat, dann, dass es immer noch schlimmer werden kann«, widersprach mein Freund. »Wann brechen wir noch Shoreditch auf?« Lestrade ließ seine Gabel fallen. »Das ist doch die Höhe«, rief er aus. »Da sitzen Sie und machen sich über mich lustig, während Sie doch die ganze Zeit über die Angelegenheit Bescheid wissen. Sie sollten sich schämen.« Niemand hat mir etwas über den Fall berichtet. Wenn ein Polizeiinspektor mein Zimmer betritt, mit frischen Lehmflecken, von einem ganz besonderen gelblichen Farbton an Stiefeln und Beinkleidern, so wird man sicher vergeben, wenn ich annehme, dass er vor nicht allzu langer Zeit an den Aushubarbeiten in der Hobbs Lane in Shoreditch vorbeigekommen ist, dem einzigen Ort in London, wo dieser sentfarbene Lehm überhaupt zu finden ist. Inspektor Lestrade blickte verlegend rein. »Wenn Sie das so erklären«, meinte er, »scheint es in der Tat offensichtlich.« Mein Freund schob den Teller von sich. »Selbstverständlich«, sagte er ein wenig pikiert. Eine Kutsche brachte uns ins East End. Inspektor Lestrade war zurück zum Maryland Road gegangen, um seinen Brawcamp zu suchen, und hatte uns alleine gelassen. »Also Sie sind tatsächlich ein beratender Detektiv?«, fragte ich. »Der Einzige in London. Möglicherweise in der ganzen Welt«, erklärte mein Freund. »Ich übernehme keine Fälle. Stattdessen berate ich. Menschen kommen mit ihren unlösbaren Problemen zu mir, schildern sie mir, und manchmal kann ich sie lösen.« Die Leute, die zu ihnen kommen, sind also meistens Polizeibeamte. Oder Selbstdetektive, ja. Es war ein prächtiger Morgen, doch inzwischen stolperten wir durch die ersten Ausläufer der Elendsviertel von St. Giles, jenem Zufluchtsort für Diebe und Halsabschneider, der auf London lastet wie ein Krebsgeschwür auf dem Gesicht einer hübschen Blumenverkäuferin. Und das einzige Licht, das in unsere Kabine drang, war schwach und fahl. »Sind Sie sicher, dass ich Sie begleiten soll?« Zur Antwort sah mein Freund mich nur lange an, ohne zu blinzeln. »Ich habe das Gefühl«, sagte er schließlich, »das unbestimmte Gefühl, dass wir zusammengehören, dass wir bereits Seite an Seite für das Gute gekämpft haben. Irgendwann in der Vergangenheit oder in der Zukunft, das weiß ich nicht. Ich bin ein rationaler Mensch, aber ich habe den Wert eines treuen Gefährten schätzen gelernt. Und vom ersten Moment an, da ich sie gesehen habe, wusste ich, dass ich ihnen wie mir selbst vertrauen kann. Ja, ich will, dass sie mich begleiten.« Ich errötete oder sagte irgendwas Belangloses. Zum ersten Mal seit Afghanistan hatte ich das Gefühl, in dieser Welt etwas wert zu sein.